Hallo Leute, Herzlich Willkommen auf Biber, ich bin wieder, ja in dieser Folge wieder ein ganz besonderes Video, wir wollen gehen zum Thema Aufrüstung. Genau und heute will ich euch mal zeigen, wenn ihr Aufrüstung mit habt, was ich für Rehkarte benutze, d.h. was ich so besitze und was ich habe, werde ich euch auch erklären, wo ich gekauft habe, wie wir da bezahlt haben, werde ich euch leider nicht sagen, wegen Datenschutzhallen, da werde euch alles sagen und werde auch sagen, warum ich es habe und deswegen würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video, zieht eure Video rein und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wie ihr eben gesagt habt, sind hier meine Aufrüstung. Am besten fangen wir jetzt direkt an, als erstes, haben wir hier gepadlet, so sieht es aus. Also gepadlet benutzen sich dafür, wenn z.b. das Handy z.b. mitgeht, z.b. wenn das z.b. speisevoll ist, z.b. oder wenn das Handy mir richtig richtig geht, oder wenn das Handy z.b. mitgeglaubt wurde, das Handy habe ich auch gepadlet benutzt. Das ist so, die Marke ist ein bisschen englisch, ich kann damit aussprechen, weil ich kann ja kein Englisch sagen. Das Ganze habe ich selber gekauft. Ich finde gepadlet sehr schön. Allein hier haben wir die grauen Silber mit dem Ausschrift, finde ich sehr schön. So nehmen wir es dann mal weg. Dann haben wir hier die große, also die große Wurzel ist aggressiv. Das heißt, dass ich dann einfach das Handy so hinstellen kann und einfach weiter filmen kann. Das heißt, wenn dann die Kamera oder das Handy damit man heben kann und kein Rad mehr habe, das Handy heben kann, dann kann ich die Dose benutzen, kann ich einfach dahin stellen, dann kann ich das Handy einfach ranstellen. Und deswegen so ist es bei meinem Aktiv. So wie ich meine ganzen Fotografien, wenn ich dann von der Affäre und so ist halt, bei dem Handy halt, Leute. Weil ich habe ja keinen Bock, nur andere Aktive zu holen. Ich habe nur ein anderes Aktiv, aber habe ich leider verkaufen müssen, weil der aber zu viel war, Leute. Weil ich kann mich alle auf einmal machen, Leute. Und damit ich dann keine Schuld mache, oder damit ich auch mehr Platz habe, habe ich hier das Aktiv und verkauft, Leute. So, in der Aktiv war genau hier entstanden, jetzt habe ich bewusst für Fotos machen, wenn ich zum Beispiel ein Tickgobel oder Reis zum Beispiel, habe ich ein Aktiv ausprobieren. Und der U-Geld der Kram, Leute, ist, du kannst die Farben entstanden, Leute. Das heißt, du kannst blau machen, so wie bei der Relam zum Beispiel, du kannst grün machen, rot machen, blau machen und du kannst auch Regenbogen machen. Das ist ganz, sehr cool, Leute. Das Ganze gibt es bei Amazon, Leute. Ich weiß gar nicht, wenn man sowas kostet, aber so ein bisschen 20 und 30 Euro Handtuch liegen, Leute. So, dann habe ich hier ein Handtuch. Hier sind mehr Leute, die sind ja auch in meiner Aufrüstung. Die benutzen auch in meinen Videos. Die hängen sie mir dann um, wenn man egal fühlt, weil ich einfach cool aussehen will, Leute. Weil ich mich ganz so wohl fühle und mich ganz sicher fühle und mit dem U-Tuch, Leute. Deswegen, wo man sieht, auch Handtüter immer mit Farben. Das kann Geschichtsküter sein, kann Sohnhandtüter sein, das kann auch andere Farben sein, kann auch andere Größen sein. Also, es ist unterschiedlich, Leute. Ja. Deswegen kann ich mich dann um, wenn ich arbeite, kann ich mich dann um, dann fange ich einfach an zu sehen, Leute. Aber es geht gar nicht mit dem Tun, dass ich einfach das Haar verschwindet und damit tun, dass ich einfach cool aussehen will. Weil mir tut das auch gut, Leute. Weil ich brauche bei der Schulter, damit ich mich auch wieder fühle, ja. Und damit ich mich auch wieder fühle, ja. Und besser kompensieren kann, auf Reden, auf Filmen, ja. Ich kann nicht mit der Handtüter um, es kann so ein Handtüter sein, es kann ein anderes Handtüter sein, ja. Und deswegen habe ich damit mit dem Tun, dass ich dumm bin, dass ich andere Sachen habe, sind das Gesicht daran, dass ich einfach cool finde, ja. Die anderen Leute denken, was sie wollen, aber immer so wie ich bin, Leute. Weil ich liebe sie einfach, Leute. Und deswegen habe ich gar nicht mit dem Tun, dass ich so bin, wie ich sein sollte, sondern habe damit mit dem Tun, dass ich es cool finde, ja. Allein hier den Geschirrstuhl finde ich sehr cool. Aber die ganze Zeit werde ich mit einem anderen Video machen, weil ich habe die Handtüter neu gekauft. Aber ich stelle euch ein anderes Video vor, weil unser Video ist zu lange und dann seid ihr am Handy, Leute. So, dann habe ich wieder Caps, wie bei mir hier sind Caps, dann auch da sind Caps, ich gehe mal ein bisschen näher. Ich benutze wieder Caps, Leute. Auch hier sind Caps, da oben sind Caps, da oben sind Caps. Ich benutze wieder Videos, weil es einfach mein Geil ist, Leute. Sozusagen mein Geil, sozusagen. Ich kann euch so mit beschreiben, ja. Weil ich bin ja kein Profi, deswegen kann ich euch leider nicht so beschreiben. Der ist einfach mein Aufenthalt. So wie bei den ganzen Rockbams, wenn die sobald viel Amazon haben, sobald viel ein Pop-Tour haben. Oder wenn die sobald viel Ruhe drauf haben, sobald viel. So ist halt bei mir Caps, Leute. Ich benutze mich dafür, damit es die Videos schöner aussehen, Leute. Das heißt, wenn die Videos sobald viel schönes Wetter sind und mit Seelen draußen, dann benutze ich auch Farben-Caps. Das heißt, wenn ich sobald viel Ruhe-Caps habe, die hier, dann sieht das schön aus, Leute. Und das kann ein Soft-Caps sein, das kann ein Gelb-Caps sein, das kann ein Ruhe-Caps sein. Also es kann ein bisschen Schiegel mit sein, ja. Weil ich finde Caps einfach cooler, ja. Bei Hüge oder Top-Tüser oder anderen Sachen feiere ich mich so, Leute. Es ist genauso, wenn ihr mir Ponsu umhängen möchtet, die feiere ich mich so. Und so ist halt mit Caps und Handtücher, feiert es einfach. Und der ist einfach mein Geil, Leute. Ist sozusagen mein Uniform, sozusagen, ja. So wie bei der Polizei, wenn die einfach mit Schubbäcke rumlaufen. Und so ist halt bei mir mit Caps und Handtücher und Schürtücher, ja, geht einfach mein Arbeitsgerät. So. Ich weiß nicht, ob hier ein Spiegel ist, weil ich wollte mir mein Handy zeigen. Dann habe ich mein Handy, wo ich gerade filme. Ich würde mal sagen, ich gehe mal raus und zeige euch mein Handy. So, so sieht mein Handy aus. Ich muss mich dafür, damit ich dann besser filmen kann. Weil früher habe ich immer Samsung, LZS8 gehabt. Aber das habe ich leider hergeben müssen, weil ich einfach ein bisschen oben war, Leute. Samsung war so ungeheimlich. Aber das Problem war, das Handy war mir immer vermutsbar, sagen wir mal so, glaube ich. Jetzt finde ich das Handy, das ich euch eben gesagt habe, besser als das andere. Weil Samsung ist so meine Marke, aber Samsung hat das Problem. Da habe ich immer Sachen mit, so Salm einblenden kann. Das heißt, ich kann mit länger Creme, ja. Und die Speise ist auch schon voll, ja. Weil so länger du mit Samsung filmst, so mehr Speise habt du voll, Leute. Ja. Und deswegen das Handy, das ich euch eben gezeigt habe, finde ich sogar besser. Ja. Und da gibt es verschiedene Farben, Leute. Da gibt es einmal so im Orange. Da gibt es einmal im Lila, Pink, sozusagen. Da gibt es einmal im Schwarzen, ja. Ja. Und dann habe ich dann den Schwarzen geholt. Und dann habe ich so in die Burka schon bekommen, ich glaube. Ja. Die Burka war jetzt. Ja. Ich bin dann 18 geworden. Da habe ich mir da Handy dann geschenkt bekommen, Leute. So. Dann kam ein Mottenaufrüstung. Ja. Die Straße. Die Straße ist auch meine Aufrüstung. Ja. Ich wusste wieder, wie die Location. Sobald die Wahlen, Felder. Ja. Also ich bin immer jeden Tag KDs woanders, Leute. Es kann Speier sein. Es kann Mannheim sein. Es kann Lohischhaben sein. Es kann Hockerheim sein. Es kann Eisdruckheim sein. Also ich bin jeden Tag woanders, Leute. Weil ich bin ja nicht beruflich. Also ich bin ja nicht beruflich hier, Leute. Das heißt, hier wo ich wohne, ich wohne hier nicht beruflich hier. Sondern ich wohne hier beruflich hier. Weil das Ganze hier ist meine Wache sozusagen. Mein Geschäft sozusagen. Ja. Ihr könnt euch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr findet. Ob ihr Spanne findet. Und ob euch gefällt. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann haben wir hier mal die Lampe. Die Browshaushalt. Auf und öfters. All die Browshaushalt dafür. Wenn dann Abends ein Video steht. Dann kann ich einfach die Läge anmachen. Ich mach mal das Ganze mal vor. So sieht der ganze Gang aus. Ich kann hier verschiedene Farben machen. Zum Beispiel roh zum Beispiel. Grün zum Beispiel. Blau. Und kann auch gemischt machen. Wo die Farben nicht eng haben. Mach mal vor. So sieht der ganze Gang aus. Dann gibt hier Lieder. Regenbogen. Also es gibt unterschiedliche. Das kann man auch so machen. Ja. Also meine Hauptsache ist einfach so ganz normal. So ist einfach meine Hauptsache. Leute. So macht mir das Ganze wieder aus. Weil es kostet ganz viel Strom. Ja. So. Also. Ihr könnt euch gerne mal in die Kommentare schreiben. Wie ihr das findet. Und vor allem. Wie ich euch gefallen habe. Ähm. Kommen wir einmal zur Zusammenfassung. Ich freue mich die Videos beenden. Also. Die Ausrüstchen sind sehr schön. Beide. Das ist mein Kagegeschäft. Dicken. Ich habe nicht so viele Sachen. Das ist am wichtigsten. Ja. Klar. Ich vermisse viele Sachen. Aber halt nicht so viele. Leute. Du vermisse immer. Padlet. Große. Cap. Handtuch. Und andere Sachen. Haben. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Jetzt wollen wir es auch sehr gerne. Und auch. La Cour. Genau. Denn alle brauchen schon mehr. So. Ich würde sagen. Wir werden in den ganzen Videos. Leute. Das war die Folge. Wenn ihr eure Videos aufregen habt. Schreibt einen Daumen nach oben. Wenn ihr eure Videos aufregen habt. Wenn ihr mehr von meinem Video sehen wollt. Und meine Arbeit begleiten wollt. Ich würde sagen. Ich würde auf meinem Kanal auch ein was aufregen habt. Also 구독 mich. Wenn wir hohe Lange haben, wie gesagt, folge Ingram, speichern den Filmschappen, zeug ich euch konkrete Möhebilder, linken euch mit meinem Amazon Account, klickt euch den Video, schreibt euch in meinen Kükenkollern und seht euch in meinen Videos. Bitte lasst euch mit mir so hoch und wir singen jetzt auch auf TikTok und auch seht euch in meinen Videos. Hau rein und dann sehen wir uns heute wieder, euer Pippa.